Ich grüße euch von der Senti Toast und willkommen zurück zu Dead by Daylight, aber ein etwas anderes DVD-Video. Heute möchte ich die Survivor nach Beliebtheit ranken. Und zwar gibt es ganz oben beliebt, nett, geht so, naja und lieber nicht. Und ich ranke die Survivor so, wie ich... Ja, wie soll ich das sagen? Wenn man als Killer unterwegs ist, dann sieht man ja, gegen welche Survivor man oft spielt. Und danach werde ich sie halt ranken. Also ich habe das jetzt von keiner Statistik abgelesen oder nachgeguckt, sondern einfach so, wie ich die Runden als Killer spiele und wie oft ich auf die Survivor treffe. Davon mache ich das jetzt abhängig, ja, wie beliebt die wohl sind. Und ja, legen wir mal los, würde ich sagen. Ich gehe nach der Reihe und der erste hier ist natürlich der Dwight. Und Dwight sehe ich schon sehr oft. Ich würde sagen, Dwight ist tatsächlich einer der Survivor, die beliebt sind. Einfach nur, weil er auch so richtig coole Skins hat. Also ich spiele sehr oft gegen Dwight und ich würde sagen, Dwight ist einer der beliebtesten oder einer der beliebteren Survivor. Survivor. Dann die Mag. Die Mag würde ich sagen, ist eher so in, ja, in Netz einzuteilen. Also die sieht man schon oft, aber nicht so oft wie jetzt ein Dwight oder so. Claudette ist auf jeden Fall ein beliebter Survivor. Die sieht man sehr häufig. Einfach nur, weil sie auch viele dunkle Sachen hatte. Die hat auf jeden Fall richtig Stealth-Potenzial. Muss ich sehr oft gegen spielen. Dann der Jake. Der Jake ist, glaube ich, eher so, naja. Also sehe ich nicht so oft. Und wenn ich mal jemanden dabei habe, der ihn spielt, dann, ja, ist es auch nur einer und das war es auch. Nia allerdings scheint wieder ein beliebter Charakter zu sein, denn Nias sehe ich sehr oft. Ich spiele sehr oft gegen Nias und, ja, die sind immer sehr farbenfroh unterwegs. Dann die Laurie, die ist lieber nicht einzuteilen. Eine Laurie sehe ich super, super selten und wenn sie mal einer spielt, dann ist es meistens auch nur einer. Und dann ist sie nicht mal besonders gut, meistens. Der nächste ist der liebe Ace und auch den sehe ich nicht so oft. Den würde ich aber bei Nia einteilen, denn es gibt schon so ein paar Leute, die ihn dann doch gerne spielen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Der Bill ist bei Gezo einzusortieren. Ich sehe oft Builds, aber es geht so. Es konnte besser sein. Dann die Fang ist definitiv ein beliebter Charakter. Einfach nur, weil sie auch ein Gamer ist von der Lore her und sie hat viele coole Outfits. Fangs sehe ich super, super oft. Und der nächste hier ist der David. Und auch David würde ich sagen, geht hier oben hin. Der scheint auch sehr beliebt zu sein, denn auch Davids sehe ich super, super oft in letzter Zeit. Da geht, also wirklich, und die gehen mir auf den Sack, die Davids. Ohne Scheiß. Ich sehe sie oft und sie nerven mich brutal. Der Quentin ist ganz klar ganz hier unten bei Laurie einzuteilen. Bei Lieber nicht, denn Leute, wer spielt Quentin? Ernsthaft? Wer macht das? Auch der Tab ist eher so bei Naja einzuteilen. Jetzt, wo der Source-Spalt aktiv ist, klar sieht man ihn häufiger. Aber ich will nicht nur diesen Zeitraum betrachten, wo der Spalt jetzt aktiv ist, sondern generell. Und generell sieht man den Tab eher seltener. Dann haben wir unsere Country-Sängerin, die gute Kate. Und die ist bei Ned einzuteilen. Man sieht oft Kates, aber nicht so oft wie die, äh, wie ne Fang oder ein David oder eine Nia. Ja, Nias und Davids und Fangs und Claudettes und Dwights sieht man häufiger. Äh, dann Adam ist bei Gezo einzusortieren. Man sieht sie gleichermaßen wie Bills, aber nicht so oft wie jetzt ne Kate oder ne Mac. Den, äh, Jeff, äh, Leute, Jeff ist bei mir hier bei Lieber nicht einzusortieren. Ähm, ich hab schon lange nicht mehr gegen den Jeff gespielt, glaub ich. Also der ist eher da unten. Und ganz da unten geht auch leider die Jane hin, denn auch die hab ich super, super selten als Gegner oder als Teammates dabei. Ähm, keine Ahnung, die mag irgendwie keiner so richtig. Ja, der Ashy Slashy, der geht bei Nia rein, denn, äh, auch ihn sieht man sehr selten. Aber es kommt doch mal vor, dass man ein oder zwei dabei hat. Die Nancy sehe ich eigentlich bei Gezo. Der Nancy scheint doch ein bisschen beliebt zu sein. Und auch der Steve geht natürlich zur Nancy, denn die beiden sind irgendwie so ein bisschen eng verknüpft miteinander. Steve sieht man selten, aber häufiger wie die Kameraden hier unten. Eine Yui ist eher bei Nia einzusortieren. Yuis kommen vor, aber es hält sich auch da in Grenzen leider. Ähm, Sarina, keine Ahnung, Sarina kommt leider die ganze hier unten hin. Wann hab ich das jetzt mal eine Sarina gesehen, wenn ich sie nicht selber spiele? Ist schon eine Weile her, glaub ich. Ja. Wer aber bei Annette hinkommt, ist die Cheryl. Cheryl sehe ich sehr oft, nicht nur in letzter Zeit, sondern generell. Cheryl scheint an Beliebtheit zu gewinnen. Liegt aber auch an ihren coolen Skins, die sie hat. Und, ja, Cheryl sind, äh, häufiger anzutreffen. Dann gibt's den Mr. Richter. Und der Mr. Richter ist eher so bei, äh, naja, einzuteilen. Also, mh, man sieht mal einen und dann war es das auch wieder. So, keine Ahnung. Äh, Elodie. Elodie sehe ich super, super selten. Hatten wir jetzt letztens erst eine Elodie. Ähm, oder ich würde sie sagen, auch bei, naja, Elodie und Felix Richter sind so auf einer Stufe, würde ich sagen. Die Jun Jin Lee ist, äh, hier unten. Die, äh, sehe ich kaum. Wenn ich mal eine sehe, dann ist auch wirklich nur eine dabei meistens und das war's auch. Die Jill ist bei Gehtso. Äh, Jill, ähm, treffe ich oft an, tatsächlich. Genauso wie den guten Lian, den können wir auch dabei packen. Denn, äh, die beiden stehen ungefähr so auf einer Stufe und, äh, die haben auch coole Skins, aber da fehlt noch ein bisschen was. So, Mikaela. Äh, sehe ich tatsächlich sehr oft. Sehe ich hier bei Nett, würde ich sie eintragen. Denn man hat mal welche dabei, aber nicht, aber sie kommen dann doch nicht so häufig vor wie die Kameraden hier oben. Ja, und der Jonah, Leute, Jonah ist ganz unten. Der ist nicht sehr beliebt, wie mir scheint, äh, denn er kommt super, super selten vor. In meinen Runden als Gegner oder als Maid. Ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, Dwight, Claudette, Nia und Feng, äh, so wie der David, die sieht man sehr oft in den Runden. Dann kommen, kommt die, äh, Mac, äh, Kate, Cheryl und Mikaela. Ja, und dann wird es immer schlimmer, immer schlechter. Dann sieht man die Leute, oder dieses Survivor immer weniger. Ähm, wie gesagt, das ist meine Einschätzung, mein Empfinden, was ich so gesehen habe, die letzten Wochen und Monate. Und wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt, können wir ruhig schreiben, no camera, da war es nur Scheiße hier, das ist so und so und bla und blub. Und, äh, ich freue mich auf eure Kommentare, ich liest die gerne. Und wie gesagt, das ist meine Einschätzung. Wenn ihr eine andere habt, schreibt mal in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Ja, das war nur so ein kleines Mini-Video, aber ich hatte einfach mal wieder Bock drauf. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben da lassen, wäre richtig nice. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, denn so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Und ich würde sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis denne.